Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Oh yeah. Jetzt starten wir mit Kapitel 2 durch. In den letzten Episoden haben wir die Legende begonnen. Sogar wird S abgeschlossen. Und jetzt kommt Totenkopf und Kirschblüten. Viel Spaß in diesem Part. So, ich habe mal versprochen, dass wir mal wieder mit Ruffy spielen. Muss ich eigentlich auch mal mit Zorro spielen. Machen wir jetzt mal Ruffy und danach machen wir mal Zorro. Berry-Wachstum. Zack. Oh Gott, mittlerweile kostet es richtig Kohle. Outfit können wir nicht ändern. Das ist klar, Münzen kann man auch verwenden. Lassen wir mal wieder automatisiert und gut ist. Zack. Und yes. Oh, Slots für Fähigkeiten. Spezialangriffsleiste sogar hochgegangen. Yes, so muss das sein. Ach, dann machen wir Zorro auch gleich, wenn es klappt. Yes. Warum kann ich Nami upgraden während... Egal. So. Blisop. Müsste noch, aber... Man weiß ja nie. Sanji. Was? Ach, die Einrastfunktion. Natürlich. Sorry, Updates. So, jetzt nochmal. Können wir nicht. Okay. So, noch jemand? Chopper? Robin? Was? Achso, die ganzen haben wir noch gar nicht freigespielt zum Spielen. Okay. Mal was Segelsetzen. Furchtbar noch irgendwo die Fähigkeit... Ah, jetzt ist es, glaube ich... Das ist schon zu spät. Ach, werden wir gleich sehen. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit im Menü herumverweilen hier. Furchtbar. Was? Das Namn wieder gesund kriegen? Okay. Hey, du hast doch Freunde. Ich bin dein Freund. Totenkopf und Kirschblüten. Ah, kann es sein, dass wir jetzt Chopper bekommen? Hm. Ich weiß, jetzt labere ich zwischen drei mehr. Der selber labert. Was findet ihr besser, wenn ich das vorlese oder wenn ich ihn in Ruhe aussprechen lasse? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Los, los, jetzt sofort. Und ich lasse mich mal ausreden. Oh, Nami wird wirklich krank. Okay. Intensiert rum. Er hat sich aufhören zu reden. Was ist das jetzt? Ist das ein Porno? Ach, das sage ich auch immer. Ich habe jetzt sogar recht, dass ich auf Shopper bekommen. Wie cool. Sie ist in der ganzen Welt. Was ist das denn? Lass mich sofort in die Haut und schlafen. Hier ist der Schmerz. Ich habe die Schmerz. Ich habe die Ope gemacht. Das ist der Schmerz. Oh, stöhnt, stöhnt. Chopper? Das ist doch schön. Oh, voll schöne Melodie. Weil Hiru-Ru-Ku war in einer Forschung, aber er hat die Wappol-Wanne ausgewertet. Chopper war für Hiru-Ru-Ku war Dr. Kureha. Aber er hatte das Gefühl, dass er noch nicht verletzt hat. Warte, Alter! Was? Warte mal, hast du vorhin nicht gesprochen? Hm? Das ist so, dass du ihn mit den Niedern steckst. Wollen die ihn essen, oder was? Was ist denn das? Ich bin mit den Niedern, mit den Niedern, mit den Niedern und mit den Niedern. Ich bin mit den Niedern und bin mit den Niedern. Ich bin mit den Niedern und bin mit den Niedern. Das ist ein guter Mann! Interessant? Sanji, wir werden ihn als Niedern. Hör mal, Niedern! Wir werden ihn als Niedern! Wappel! 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 Fähigkeit ausfüllen! Ah, also! Oh, yeah! Ah, das braucht... Ah, okay, das braucht zwei. Jetzt nehmen wir jetzt... Hm... Schaden höher. Spezialangriffleiste fühlt sich einfacher. Oder Kizuna-Angriffe verstärken und Schaden an weiter entfernten Gegner wird erhöht. Hm... Sonst haben wir keiner. Richtig, richtig. Ich glaube, die Spezialangriffle einfach Leiste zu füllen lohnt sich mehr. So. Reweckstum und Münzen haben wir gemacht. Armeen vor den Chopper. Ach, leider können wir nicht weiter angucken. Okay. Wenn du Postregner besiegst, kannst du Münzen in der Garte. Dann bekommst du Münzen in den Angriff oder... Ja, das wissen wir schon. Okay. Sein Schloss? Okay. Also, jetzt kriegen wir ja Chopper. Das heißt, ich werde dann... Nächstes Mal, wenn wir einen Chopper auswählen können... ... und spielen können, werde ich anstatt Zorro, was ich vorhin noch gesagt habe, halt... ... Chopper spielen. Oh, lass uns. Mach! 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 Okay. Zurück! Zack! Was? Wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich meine, stirbe dich nicht, dass ich das gerade gemacht habe, aber... ... schon interessant. Wie habe ich das gemacht? So, schon mal nicht. War, glaube ich, echt Zufall. Zack, okay. Jetzt mache ich das. Etwas, aber Zufall. Zack. So, der Klusener Angriff ist gleich voll. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist Lissop am Vollmachen. Ich mache mal die Karte aus der Seine weg. So, das Territorium haben wir eingenommen. Und hole noch ein paar bisschen Barrys hier. So, was ist hier los? Das ist ein Piratenkapitän. Aber da braucht jemand Hilfe. Und zwar da drin. Rein mit uns. Was ist das? What? Ähm, ups. Genau. Gum Gum No! Oh, hey Chopper. Ist der zu fett? Ne, Sanji ist es. Machen wir mal Sanji, wenn er schon unser Buddy ist. Jawohl. Haffnerli hat Lapin besiegt. Okay. Oh, ich finde die Melodie wieder cool. Oh, ich finde die Melodie wieder cool. Was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Viel zu viele. Piratenkapitäne. Wo kommen die alle her? Ja. Furchtbares Volk hier. Überall nur Piraten. So, das Ding ist verteidigt. Das ist sehr schön. Ich weiß noch ein Piratenkapitän. Jawohl. So, da ist auch noch einer. Wo ist er denn? Ja. Da rennt weg. Da ist er doch. Ach, ich muss alle drei sogar besiegen. Okay, da haben wir auch alles richtig gemacht. Dann ist unten noch ein Teil. Oh. Laufen wir hier rum. Jawohl. Dann da rum und nimm das noch ein. Lysop kämpft ja auch schon schön brav. Zack, so muss das sein. Da ist Sanji doch schon fast wieder unser Freund hier. Also nicht nur fast, er und so, sondern freut. Guck mal mal Chopper, mal gucken, was er so treibt. Zack. Ach, das ist Vivi, okay. Okay, dann war das eingenommen. Soll ich jetzt da runterkommen? Das ist ja voll der Umweg. Dann komme ich auch noch nicht durch, okay. Machen wir mal das Ding ein? Oh ja, Lappi hilft uns. Nicht nur einmal, sondern dreimal. Machen wir es mal so. Oh yeah. Das ist doch mal ein Treffer, würde ich sagen. Zack. Oh, Mann, 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 da haben wir viele erwischt. So, was macht jetzt hier? Okay, er schmeißt irgendwas um sich. Dann sieht man halt natürlich nichts. Hey. Oh, jetzt will man einmal hier mal Chopper zeigen, was er so zur Hilfe macht. Und einen coolen Angriff auf jeden Fall. Und hier macht er jetzt. Schmeißt er und heilt er unsere Kopfer benütend. Das ist dann cool. Was, Abkürzung? Wo? Puff? Was hat denn jetzt hier Puff gemacht? Da unten durch. Aha. Da hinten. Lappis. Hey, Lappi. Oh, ich kann dich natürlich nicht besiegen. Oh, ich kann dich beschützen. So ist fein. Zack. Wer fehlt noch? Hier, Lissop. Die sind jetzt alle markiert. Gegen sie haben mehr Schaden? Oh, hier sind jetzt Schwierigkeiten. Wollte ich doch beschützen. Ah, da ist doch Mr. Lissop. Was ist denn los da oben, Mr. Lappi? Hä? Was hat die denn Schwierigkeiten? Die rennt doch nur weg. Ach. Ach so, da hinten kommt ein Gegner angerannt. Den machen wir natürlich platt. Ah, okay. Wir versuchen ihn zu retten. Das ist mir gerade wichtiger. Da, da, da. Oh Gott, oh Gott. Das schaffen wir doch, oder? Boah, das war, glaube ich, ziemlich knapp. So ist fein. Und das ist so, so ist fein. So, und ihr lasst mein Lappi in Ruhe. Was soll? Oh, feiner Lappi. Fein. Da ist der Gegner im Rückzug. Ne, unser schreit auch nach Rückzug. Den muss ich jetzt mal kurz helfen gehen. Euch geht's gut. Das gefällt mir richtig gut. Manchmal würde ich echt noch schneller rennen können, aber wir wollen uns ja nicht übertreiben. Ach, du schreist einfach nur so nach Hilfe, oder was? So, dich machen wir aber platt. Du nervst mich. So, und, äh, wusch. So, genau. Ähm, da ist noch einer. Mann, 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 Mann. Langsam nerven die Piratenkönige, äh, Kapitäne. Da will ich doch eigentlich woanders hin. Den habe ich denn jetzt nicht getroffen. So, okay, die sind jetzt alle im Rückzug. Jetzt laufen wir halt zwar wieder gerade einen Umweg. Ach, das schafft ihr schon. Hier ist keiner unglücklich. Gut. Dann nehmen wir mal Shopper als Partner und besiegen auch. Also, mach gleich mit den Kizuna Rush. So, sag mal her, Chopper, was du drauf hast. Yeah. So, und dabei meine ich eigentlich eher den Angriff. Einfach nur gucken. Rumble, Huf, Kick. Oh, yeah. So ist das geil. Aber ich habe mir das Gefühl, ich kämpfe hier gerade nur gegen Piraten, Käpt'n. Ich komme nicht voran. Hui. Ruffi. Ach, jetzt. Ruffy. Stell dich doch nicht so an. Na, also. Jetzt hier, zack. Ach so, natürlich. Das ist mir egal. Das ergibt zwar keinen Sinn. Da. Und jetzt gehen wir einfach jetzt da hin und nehmen mal das Gebiet da vorne ein. Das kann doch nicht sein, dass wir das Gebiet hier die ganze Zeit ignorieren. Das will ich doch die ganze Zeit schon einnehmen. Ja, genau. Genau das Gebiet. Das bietet sich jetzt so schön an, diesen Spezialangriff zu hauen. Und wie ist jetzt schon wieder eine im Fluch versucht. Ach. Das machen wir dann gleich. Jawohl. Jetzt ist das Ding uns. Nehmen noch 1000 Buries mit und gehen wieder. Den Lapin retten. Die erscheinen doch die ganze Zeit. Kann das sein? Wo ist denn jetzt Lapin? Da ist er. So. Du bist dran schuld, oder was? Ich würde sagen, ich muss noch ein paar getroffen haben. Hat er gerade Nutte gesagt? Jetzt nehmen wir das nächste Gebiet ein. Und zwar das unten links. Mensch, ist das anstrengend. Anstrengend. Ohne Ende. Ach Gott, das schafft. Das schafft dich schon zu verteidigen. Das bin ich mir sicher. Ach, ich hätte einfach direkt zu Vapul gehen können. Und ich muss das hier gar nicht alles einnehmen. Aber egal. Ganz schön schwer, die ganzen Sachen hier einzunehmen, wenn hier keiner ist. So muss das sein. Jawohl. Und da ist auch wieder Shopper voll. Nice. Ich möchte gerne wissen, was die machen, wie sie an diesem Ding sind. Vielleicht muss ich einfach mal zweimal. Aua. Ihn rufen. So. Jetzt machen wir uns das. Einfach und besiegen mal den Gegner. Da bist du doch, mein Freund. Und Ruffy ist hier. Ach, Ruffy sage ich schon. Shopper ist hier, um mir zu helfen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er doch. Das ist ja ein komischer Chaos. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Angriff. Ich drücke gerade einfach jede Tasse fast schon. Wenn du so willst. Wenn ihr so wollt. Shopper. Schon fast keine Ahnung, was ich hier drücke. Sonst hilft keiner? Schade. Ah, es hat aber gereicht. Sehr schön. Sonst vorüber geht nur zurück. Was soll denn das? Mission erfolgreich. Schade. Hm, ein長 nationales Gast. Ich denke mile zurück. Ich hab' den Treibwerk in den Schiff. Ich hab' den Treibwerk. Ich hab' den Treibwerk in den Schiff. Jungs? Das ist der Treibwerk? WAhahahahahah! Warte, warte, warte! Wirklich! Lachen. Das mach ich auch. Haha. Ähm, Chopper? Ups. Opfer? Wir haben dich grad besiegt. Ich hab' dich auch geschehen! Geh' aus diesem Land! Uchiduni-Main-Bus! Uchiduni-Main-Bus! Die Tür da hinten ist nicht offen. Warum nicht? Jetzt hab' ich nur das ganze hier eingenommen. Für nichts und wieder nichts. Verdammt. Chopper ist schade. Jetzt ist die Tür offen. Geht doch. Oh, da fliedelt einer. Was soll's. Machen wir hier erstmal... Chopper ein bisschen voll, ha? Dass er uns besser unterstützen kann. Jawoll. Was? Okay. Ach so. Machen wir's nochmal. Ich muss alle einnehmen, okay. Schatzereignis erfüllt. Schatzereignis erfüllt. Schatzereignis erfüllt. Oh, das war's. Ich hab' einen Sinn gemacht. Sanji! Ich bin doch wirklich... Ich hab' einen Müll! Ähm, nö. Also hat sich das gelohnt, die Hasen zu beschützen. Sehr schön. Die lassen sich zählen mit Freundlichkeit. Wie wär's das, mein Freund? So, dann haben wir schon mein Territorium eingenommen. Oh, oh Gott. Was ist denn hier los? Meine Phrase. Tadam. So, dann haben wir schon mal die Ersten. Siegt ihr seit den Nächsten. So, dann haben wir doch hier... Da sind Schwibbelche erschienen. Furchtbar. Schreit da jemand nach Hilfe oder was ist da los? Ah, das ist nur Schopper unser Held. Alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Nächste. Der schafft das schon. Und verteilen dabei das Untere. Sehr schön. Wen haben wir denn? Ach, kämpfen wir mal wieder mit Lissumpe. Dass das Ganze schneller geht. Ah, Schopper ist auch dabei. Sehr schön. Oh ja, und sogar ein Levelaufstieg. So liebe ich das. Ich krieg grad rein gar nix. Bitte, weil wir ja alles platt machen. Aber es soll mir recht sein. Aber es soll mir recht sein. Aua, was soll denn das? Ach, guck mal, wer da hockt. Unser Kumpel. Ach, der ist abgehauen. Okay. Oh yeah, das ist doch mal hier eine Rasur des Todes. Und, 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 und. Mach mal den noch platt. Setschi. Setschi. Oh yeah. Das hat sich doch gelohnt. So. Guten Tag. Der ist schon wieder abgehauen. Was ist das für ein Flevel? Mach doch so keinen Spaß, wenn man nur wegrennt. Immer diese feigen Hunde hier. Das krieg ich manchmal hin, manchmal auch nicht. Aber ich find's gut. Mir gefällt's. Ach da. Immerhin erwischen wir ein paar. Wäre es unter Verschwendung, das nicht wieder aufzuladen. Zuck zu. Oh yeah. Also das macht, das macht ja noch grad richtig Spaß, die Story. Erstmal, weil die Story gut ist. Was ja klar ist, ist ja One Piece. Oh. Was willst du denn jetzt, Digga? Er ist in der Basis... Was? Wir haben ja dann erst noch die andere Basis eingenommen? Was? Oh Bradley. Oh. Weißt du doch den, einen Weg hierher, der Krise der Kingdom. Die Strategie will nur die Zeit, wie der Herrlichkeit überstehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Dr. Knochen! Hey! Geh! Wurzeln! Du wirst nicht wissen, was der Wurzeln. Du wirst nicht wissen, was der Wurzeln. Wurzeln! Hahahaha! Was ist das Wurzeln? Was ist das Wurzeln? Was ist das Wurzeln? Was ist das Wurzeln? Das ist Wurzeln! Es ist ein Wurzeln! Was ist das? Der Wurzeln ist das Wurzeln! Welche Wurzeln? Leuch? Ne. Guck mich! Ok. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, dass ich das Leben für die Gänsehaut bin. Ich weiß es nicht, dass du so ein kleines bisschen Gänsehaut hast. Ich habe schon so ein kleines bisschen Gänsehaut gerade. Oh yeah! Chopper, wir kommen! Aber erst nehmen wir die noch mit hier. Ich habe den nicht erwischt, den Piratenklappi denn hier. So, machen wir es hier. Ich hoffe, das reicht zum Unterstützen hier. Auf zu Waterpool. Ne, Warpool. Entschuldige. Und Sanji hat vorhin geholfen, dann ist er jetzt... Also, bei einer Sequenz. Was willst du denn hier, mein Freund? Machen wir es mal so. Zack. Das fand ich gerade richtig cool. Zack, zack. Jawohl. Ja, kann er ruhig machen, seinen Armfeuersperrfeuer. Ich habe nichts dagegen. Ich sehe gerade aber gar nichts mehr. So, hoffentlich reicht das. Das wäre richtig nice. Antimania-Kanone, jawohl. Oh, und wieder Sequenz. Kaboosh. Kaboosh. Ah, aus. Hoooh. Woosh. Wieviel. So, mit Ils. Autsch Sehr schön Wie du kannst nicht Das ist nicht möglich, Herr. Es ist aber auch lustig. Ich bin... Ich danke dir. Chopper... Ich bin... Tonakai. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Kann ein süßer Fratz wie du einfach ein Monster sein? Bist du das Wahnsinns? also akzeptieren wir dich so wie du bist nein genau raffi sagst es ein 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 Ich muss ins Land kommen! Ich will einbeziehen und wie die Leute, die einbeziehen und das ganze Welt. Du bist so dumm, was du sagst. Du bist so dumm. Du bist doch dumm. Du bist so 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 dumm. Ich hab das nicht. Ich hab das Problem an das Land kommen. Ja, das ist ein Mensch! Aber ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann wie ein Mensch! Eine Heulsoße wie du willst? Willst du ein Mann sein? Ich kann das nicht beurteilen! Du bist irgendwie weggekehrt. Was ist denn so? Nein! Das ist nicht so. Nein, das ist nicht so! Die Forschung der Doktor ist fertig! Alle, alle, auf die Pferde! Wir sind auf die Erde! Was ist denn? Du bist bereit, oder? Du bist junger Mann! Ansonsten Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Schön, du bist durch dich. Söhnchen. Ich muss schon sagen, der Part hat mir auf jeden Fall gefallen. Und den haben wir auch mit S abgeschlossen. Der hat mir noch viel besser jetzt gefallen. Und noch ein Levelaufstieg. Oh yeah. Neue Technik hinzugefügt. Yes, yes, yes. Oh yeah. Perfekt. Galomatiko. Was? Das sind keine 70 Prozent? Zwei, vier, sechs, ja. 66 Prozent. Verdammt. Was? Was ist denn das unten links? What the... Okay, sehr schön. Von Chopper erhalten. Und von Lapi. Und von Warpol. Ist ja logisch. Hä, ist Lapi jetzt bei uns mit dem... What the heck? Ist ja cool irgendwie. Ja. Wollen wir. Zack. Verteidigung geht hoch. Das ist schön. Angriff geht hoch. Also geht... Doch geht teilweise hoch. Ah, sehr, sehr nice. Und Weisheit des Kapitäts erhalten. Die Spieleiste von Spezialgrim fühlt sich von selbst. Es ist schön. Und ziemlich viele Berries. Und ziemlich viele Berries. Wir sind Millionäre. Also nicht lang, aber wir sind Millionäre. Speichern. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir noch, was uns nächste Folge erwartet. Oh Gott. Innenkampf in Arbana. Okay. Was da passieren wird? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir finden das dann gemeinsam heraus. Bis dorthin. Tschö, tödödü. Und vergesst nicht zu abonnieren. Ja.